Wir haben einige Kinder gefragt, wie viel Zeit sie mit ihren Eltern verbringen. Mach später, später. Du bist sieben Jahre alt, du kannst doch schon alleine spielen. Küche sauber machen, Essen machen. Sie muss dann Arbeit oder in die Arbeit gehen. Vielleicht, weil er zu viel zu tun hat. Dieses Video des Spielwarenherstellers Hasbro erobert gerade die Herzen vieler Eltern. Auch die zwei spielen in dem Film mit. Der kleine Luca und sein Papa Andreas. Heute treffen wir die komplette Familie in ihrem Zuhause in Rottgau. Wir versuchen schon täglich mit ihm zu spielen, aber beide voll berufstätig. In Vereinen unterwegs, Verbänden unterwegs, nicht immer so leicht. Wir versuchen eigentlich schon immer mal so eine Viertelstunde, halbe Stunde zu spielen, wenn es irgendwie möglich ist. Der 5-jährige Luca findet, seine Eltern haben eher andere Dinge im Kopf. Wir arbeiten, putzen, am Laptop was gucken. Dann geht's einfach hoch und der Benjamin. Für den Psychologen Florian Klampfer ist eine Situation wie die bei Familie Grun keine Überraschung. Weil Eltern einfach sehr in dem ganzen Trott von Familie, Alltag, Beruf eingespannt sind und wo es sehr viel darauf ankommt, dass es irgendwie funktioniert. Wir wollen wissen, was sagen die Eltern dazu, die heute aktiv mit ihren Kindern Zeit verbringen. Kennen sie das Problem? Ich mach das gerade ein bisschen emotional, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaub, da würde sich wahrscheinlich so ziemlich jeder Vater angesprochen führen. Naja, die Enttäuschung von den Kindern so zu sehen, ist natürlich nicht gerade prickelnd. Also wenn man dann halt viel zu tun hat, sieht man den Kindern das auf den ersten Blick gar nicht an. Aber wenn man sich dann doch Zeit nimmt, so wie jetzt, dann merkt man schon, dass es echt krass ist. Im Nachhinein ist man halt traurig, dass man letztendlich nicht die Zeit hat. Irgendwann macht sie dann Essen, dann haben wir keine Zeit, dann muss ich noch Ausaufgaben machen und sowas alles. Und dann haben wir keine Zeit zum Spielen. Also in der Woche arbeitet er manchmal so 24-Stunden-Dienste. Und das macht mich echt traurig. Eigentlich finde ich, dass meine Mutter eine richtig tolle Mutter ist, weil sie alles versucht für mich zu machen. Der Fall scheint eindeutig. Alle wollen mehr Zeit miteinander verbringen, aber es kommt halt immer so viel dazwischen. Bitte, 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 sag ja. Genau auf das Problem will auch das Video aufmerksam machen. Ja, man hat es nochmal so vor Augen geführt bekommen, was einem so alles widerfährt, zeitlich bedingt. Und man denkt doch eher drüber nach. Der Psychologe hat außerdem folgende Tipps. Wie geht mit euren Kindern? Ja, also fragt sie auch konkret, was sie möchten. Der zweite Tipp, guckt immer auch, wo ein Kind gerade steht in der Entwicklung. Also sprich, was gerade zu einem Kind auch passt. Und der dritte, fast wichtigste Tipp, überfrachtet euer Kind nicht mit irgendwelchen Aktivitäten aus einem Anspruchsdenken. Genau das versucht Familie Grun seit dem Videodreh einzuhalten. Mir sehr nahe gegangen. Es hat mir auch gezeigt, ich bin nicht alleine als Mutter und berufstätig. Und dass es auch anderen Müttern oder auch Familien geht, alles unter einen Hut zu bringen. Also generell versuchen wir auch, natürlich expliziter schon ein bisschen mehr zu spielen. Wird so schön erwähnt, dass so eine Viertelstunde am Tag manchmal mehr wert ist, wie stundenlang sich irgendwie miteinander zu beschäftigen. Und das versuchen wir uns schon ein bisschen zu Herzen zu nehmen. Zusammen sein und Spaß haben, klingt doch nach einer gar nicht mal so schweren Aufgabe.